Hoi, 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 hoi. Die letzte Partie, noch etwas in den Knochen, das war ein tolles Finish. Jetzt aber erstmal wieder runterkommen, wieder besinnen, aber erst einmal, hallo allerseits und willkommen zurück bei Rainbow Six Siege. Nur wirklich eine Millisekunde Unterschied. Na, das habe ich nicht wahrgenommen. Nee. Nee, ich auch nicht, deswegen wäre ich nur das Grundgefahr. Die sind doch zu was Nütze. Aber ohne zwei Punkte. Planeränderung. Okay, Planeränderung. Wurde entdeckt. Ich wurde entdeckt. Die Drohne der Gegner hat den Bio-Gefahrgutbehälter localisiert. Rätverrackt. Noch eine Wand übrig. Tja, dann vielleicht da. Zugangssperre angebracht. Sollen Sie nur kommen. Ich hätte auch noch Strom üben. Das Gerät ist in Position. Gerät ist kacke. Gerät wurde aktiviert. Ich warte nur darauf, dass Fuse wiederkommt. Eieieiei. Na, um die Ecke hat er mich umgebracht. Also, verletzt. Oh. Alter. Fuse-Kopf. Ja, der fällt auf. Ich denke, der hat dich umgebracht. Ne, er verletzt, der Arsch. Ich dachte schon, aber es war bloß die Verletzt-Maske. Ich kann ihn auch aus dem Tod umbringen. Köpfen. Jetzt ist Jäger-Kram hier. Oh, spät. Steht er hier, ja. C4 platziert. Ach, der. Blitz haben sie. Und noch was auch. Ja, hier auf der Treppe ist er. Kapkan, Mensch. Fenster ist wieder zu. Sind die beide bei dir? Ja. Ich gucke mal mit die Treppe vor. Ich gucke mal hinter uns. Die rennen jetzt woanders hin. Ja. Dann gehe ich wieder in meine Position hinten. Ich wurde entdeckt. Drohne habe ich. Ich komme jetzt von der anderen Seite um. Ich könnte heilen. Binden. Mal gucken. Ich leide nach. Feuerschutz. Einmal nichts reichen. Pff. Kriegst nichts. Arschloch. Arschloch. Also Blitz haben sie noch. Wenn Frau Twitch weg ist, sollten wir das gut im Geil haben. Ja, bei mir hier jetzt. Ja, ich sehe es. Blitz ist an der Tür. Ah Mist, der Kopf war kurz zu sehen. Twitch habe ich. Ich habe den dritten Kopf. Hör auf an mir vorbeizuschießen. Hier, Alter. Da hast du. Dein Kopf war auch ganz nah. Wie er auf der Stelle rumtappelt. Der kleine Bandit. Gleich ein Assister. Ein, zwei. Hatte Twitch nicht auch mal was anderes? Außer Clamor? Clamor und Sprengladung. Und... Gibt es Leute, die drei Sachen haben? Irgendwie kommt mir Betäubungsgranate, also Blendgranate bei ihr recht vertraut vor. Eben. Eben. Hörtet die nicht auch mal später? Naja. Doch, können sie auch haben, sagt mir mein Gefühl. Ich glaubte dir schon mal alles. Ah, da schon. Gefahrgutbehälter wurde lokalisiert. Okay, das ist mir so, als wenn die mal... Frau Frost liegt schon in Mathe. Von diesem Vorraum vom blauen Salon, wenn man über den Balkon über die Terrasse da hingeht. Dreistes Stück. Ah, nein. Oh, jetzt hätte er da ausgeredet. Die Sterne sind da gerade hin. Erst Mathe, dann stellt es ja auch was Neues. Oh, Scheiße. Oh. Zehn Sekunden. Fünf Sekunden bis zum Einsatz. Weiter zum Bio-Gefahrgutbehälter und diesen sichern. Hm, 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 hm. Hm. Hä? Jetzt. Bitte. Schockdrohne wird aktiviert. Und, ist da was drin? Vor mir? Hm, ach schon. Luke ist offen. Vorsicht, Luke ist offen. Ja. Und ne Kamera ist übergeben. Ich mein, ich komm auch nicht weiter in den Raum rein mit meiner Kamera. Oh, Scheiße. Was? Da bringst du jemanden noch? Bedrohung, Neutralität und Zugebucht. Dre, Luke ist was runtergepft. Oh, die Kraft war auch noch. Hö, hö, hö. Vorsicht, Mathe hier hinter dem Schild. Ich hole mal die Mathe. Die schon weg. Hier ist so. Ja, weil da schon einer reingesprungen ist. Ach so. Der hat aber wirklich liegen müssen. Der hat da keinen hingepackt. Vielleicht hat sie die wieder weggenommen. Da war auf jeden Fall einer. Aber ich hab einen Mute. Der wurde niedergeschossen. Hab ich ihn noch wieder hingeschnippt. Abgestaubt. Mann, ich seh jetzt, wie es da runterhüpft. Genau in dem Moment hab ich nämlich wieder den Blick von dem Ding gewendet. Und dann immerhin noch bekommen. Toll, 6, 1, 1, 1, 1. Mann, seid ihr schlecht. Der eine von mir ist bloß ein Abstau. Der hat ja auch Abstau noch gekriegt. Oh nein. Wir müssen den Bio-Gefahrgut behalterschützen. Den Raum sicher. Ich muss ja sogar klappen. Danke. Schuhabfrau. Wie die immer auf die Matten zeigen müssen, diese Aufmerksamkeitsgeilen Leute. Was ist Aufmerksamkeitsgeiler, Leute? Geil, geil, Leute. Welchen Film lebst du mir? Pokémon. Schau mal, magisch. Ja, ruck. Bitte, allein. Pack das weg. Oh, es ist platziert Reiserzeit. 5 Sekunden. Aufbau der Barrikade läuft. Aua. Ah, hier liegt schon was. Hier irgendwo Strom. Moment, wo ist Strom? Oh, der ist aktiviert. Der blauen Bar ist schon was. Okay, die spawnen da alle bei den Ruinen. Ach, kann man das nicht mal zumauern? Da irgendwie einen Ziegelstein reinschieben? Nö. Das braucht auf jeden Fall einen neuen Operator der Ziegelsteine, die Kleinlöcher schieben können. Oh, der Jägerkram da so gut ist. Okay, die machen am Bad. In der Ruhe ist halt schon noch Rabatz. Was macht? Ich hab beide Türen im Blick. Im großen Fenster ist was. Ach, Kapkan, du Arsch. Kann ich die jetzt umbringen. Okay. Das ist aber verdächtig leise hier. Ich habe genug Geräusche hier. Da, wo wir aber pingeln. An der Tür sind sie. Jetzt guckt kapkaner hin. Immerhin ist er weg. Schildträger. Blitzt da in der Rummishalle. Ja. Ach man, Leute. Hilft doch mal mit. Was? Hä? Von wo jetzt? Was? Der Blitz, der war doch noch gar nicht um die Ecke. Ach, dieser blöde Ping in dem Spiel. Er zählt mit seinem blöden Ding vor. Ey, das ist doch kacke gemacht. Was? Wo habe ich jetzt jemanden identifiziert? Kapkan. Wo rennt denn der hin? Was zum... Wieso rennt denn den Aussenweg da nur? Der ist neutralisiert. Tja, da... Hm. Das war's. Noch haben wir einen Punkt Vorsprung. Matschball. Ich fahr mal blauer... Ah, wobei, bist du schon? Okay, Küche. Kulinkamera außen ist schon mal kaputt. Die da vor dieser Terrasse? Balkon? Nee, bei der blauen Bar, oder? Na, da gibt's ja zwei. Ja, bei der blauen Bar, die direkt da ist. Okay, reicht mir. Mehr kriegst du auch nicht, weil ich weiß, wie ich da sonst sein soll. Ich hab Angst. Die Kamera an der Küche und in der Haupthalle. Also hier, die Kamera ist schon kaputt. Hm. Rennen sie doch schneller. Klo ist einer. Also Füße weg, bannern. Shit. Alle Außenkamera ist kaputt. Hey, wieso treffe ich denn immer nicht mit der Tötstunde? Auf den Sack. Du kannst sagen, wer rennt denn da? Das war's draußen. Mist. Wo gelb ist. Heute ist hier nicht mehr. Okay, ist tot. Ja, das war's mal auch hier da vorhin. Hier ist doch bestimmt ne Mathe. Könnte vielleicht gucken, wenn ich da hinkomme. Smoke ist im Raum drinnen. Okay. Ist auch grad ein bisschen beschäftigt. Jetzt nicht mehr. Ich überrasche ihn vielleicht jetzt. Da ist was, wo gelb ist. Sieht wie Frau Frost aus. Jo, Frau Frost verletzt. Gut. Ein Fuß. Schwierig, hier vorbei. Erst überlegt, ob der tot ist oder nicht. Schuhabdruck, Mann. Ich hätte ja gleich am Schuhabdruck sagen können, ob der noch lebt. Ich hätte ja gleich am Schuhabdruck sagen können, ob der noch lebt. Das war doch ne geile Partie. Nicht nur, weil es, ich glaube, eliminierungstechnisch bei mir ganz gut lief. Überhaupt. Hat einfach richtig Spaß gemacht. Und damit, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Und tschau tschüss. Und dann Nós Nein. Wir sehen, wie geht es um glaube ich 50, knapp 50. Von Nadien. Aber own oder那就. Die Website. gewissen Mann